Unser Lieblingsprojekt, ja, jedes Projekt ist unser Lieblingsprojekt, weil wir mögen es, wenn Leute auf Nachhaltigkeit setzen und letztendlich nicht einfach das günstige Ding von der Stange kaufen, sondern sich wirklich Gedanken machen über einen schicken Badegarten, über das persönliche Umfeld und das auch so gestalten, dass es wirklich nach stimmig ist. Also das Größte für uns ist immer, wenn nach 20 Jahren wir den Kontakt zum Kunden haben und das heißt, es war damals wirklich, es war gut, es war jeder Gedanke gut und richtig und das Geld, was dafür ausgegeben haben, war bestimmt damals viel, aber es war jedes Mal wert und jeden Tag, wo wir schwimmen und wo wir den Garten sehen und wo wir in diesem Garten, in diesem Umfeld leben, ist es das wert. Unser Lieblingsprojekt war im letzten Jahr in Montenegro. Wir durften ein Resort ausstatten mit zehn gleichförmigen Schwimmbadanlagen mit acht mal vier Meter großen Anlagen mit einer Technik drin. Jeder einzelne Pool hatte seine Technik. Da hat uns die Firma Benke kooperiert. Also wir haben das zusammen gemacht. War sehr, sehr schön und interessant. Sollte es zunächst mal, sollten das Betonbecken werden mit einem Technikbereich im Beton und das Thema ist, dass diese Schwimmbadanlage zwischen dem Bungalow und letztendlich der Adria Küste, also einem Fjord, stattfinden sollte und das war so betonmäßig einfach dann letztendlich nicht durchführbar. Die Leute haben angefangen mit einem Projekt und haben es dann nachher abgebrochen. Dann durften wir mit unserem Becken ran und das interessante Schöne war daran, dass wirklich alles stimmig ist, weil so ein Fertigbecken ist einfach fertig und es ist dicht und es ist dauerhaft und es ist vernünftig eingebaut. Und was uns dann noch sehr gefreut ist einfach, dass die Optik so wunderbar passte. Es ist einfach von dem Wohnzimmerausblick über das Wasser. Die Becken waren silbergrau, das Wasser war ganz genau identisch mit dem dahinterliegenden Naturwasser. Also einfach eine Augenweide und über sowas freuen wir uns. Von daher ist das unser Lieblingsprojekt und das können Sie natürlich so zu Hause auch haben, ganz klar, weil wir bauen Ihnen da noch ein paar mehr davon und wenn Sie mögen, schauen Sie sich gerne das Programm an und damit Sie Ihr Lieblingsprojekt auch in Ihrem Garten realisieren können. Auch hier sind wir gerne da.